Okay, ich kann nicht anders, dann muss ich jetzt einfach mal angeben. Den haben wir nämlich selbst gemacht, der Jan und ich. Was? Nee, wie das denn? Ach, ist eigentlich ganz einfach. Du musst nur hier ein bisschen aufpassen. Bei den Türen, da brauchst du eine Gärungssäge. Wenn wir schon beim Angeben sind, was sagt der eigentlich zum Wein? Och, der ist ganz köstlich. Auch selbst gemacht? Nein, wie das denn? Du, das ist ganz leicht. Wir sind jetzt bei so einem Weingut in Piemont eingestiegen. Die bringen uns das bei und das macht irrsinnig Spaß. Und dann gibt es ja noch eine Sache, auf die wir eigentlich am meisten stolz sind. Wie, noch was? Was denn? Tada! Nein, auch? Ja, selbst gemacht. Nein, wie das denn? Du, das ist ganz leicht. Du brauchst einfach nur ein Bett und zur Not geht es auch auf den Teppich. Und dann? Ja, bitte lass mal sehen. Komm. Aber der Wein ist gut. Guck mal, sie sind ganz teuer. Schön, dass du so kippt. Ja. Und herzlich willkommen zum Schrank. Danke. Vielen Dank.